Hallo und... Boah, ist das Licht scheiße. Hallo und ganz herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich freue mich, wenn überhaupt... Oh mein Gott, was ist mit meiner Stimme? Ähm... Ich freue mich, wenn überhaupt jemand einschaltet, würde ich gerade sagen. Nein, Spaß. Ähm, wir fahren jetzt gleich auf den Weihnachtsmarkt und ich sehe gerade total scheiße aus. Und deshalb freue ich mich jetzt. Ganz tierisch, wie unser Lehrer immer sagt. Und, nein, äh, ich freue mich nicht, weil ich so scheiße aussehe. Ich wollte mich eigentlich gerade in eine andere Hose reinpropfen und, äh, ich vlogge jetzt noch... Äh, ich wollte eigentlich nur vloggen und guckt euch jetzt mal bitte. Zieht euch das mal rein. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann, aber zieht euch das rein. Zieht es euch schon einfach rein. Hä, was ist denn damit los? Das ist eigentlich so gelb, so normal, so gelb, so... Äh, oh, scheiße. Das ist eigentlich rot. Diese Schleife hier ist rot. Und da drunter kommt dann das hier gefropft. Das sieht ja noch einigermaßen normal aus. Aber dann haben wir hier einmal was Unnormales. Das ist ganz normal rot. Und dann, ähm, hier voll gelb. Gelb, auf jeden Fall... Nein, das ist so rot. Und, äh, ich wollte mich eigentlich nur in eine neue Hose reinpropfen, also zu mal eben. Aber ich muss noch auf Klo. Und, ähm, ich werde da jetzt nicht unbedingt... Alter. Äh, ich werde da jetzt nicht unbedingt mitfilmen. Und deshalb schreibe ich euch mein Snapchat-Dingens-Bummens mal in die... Alter, es ist so dunkel. Ähm, schreibe ich euch mein Snapchat-Account mal in die Kommentare... in die Kommentare, in die Info-Box unten, könnt ihr auch abchecken. Und da werde ich ein paar Bilder bestimmt machen, also eins mache ich bestimmt, wenn ich mein Handy mitnehme. Ich weiß nicht, ob ich es wieder vergesse. Wie immer. Und schreibt mir bitte in die Kommentare... Das liegt schon sehr voll scheiße. Jetzt ist es noch behinderter. Jetzt ist es noch... Oh, geht doch. Also schreibt mir... Ich mach das in meinem Zimmer. Schreibt mal bitte in die Kommentare, ob ihr von mir eine Roomtour sehen wollt. Alle? Bleh. Bleh. Das ist so dumm. Für die, die es mir nicht gemerkt haben. So, warte mal. Aus. Ich geh jetzt kurz auf den Klo. So. Ich geh jetzt einfach mal runter. Runter. Ich weiß aber nicht, ob mein Vater da ist. Da muss ich ein bisschen leiser sein. Nein. Nicht Spaß. Mein Vater. Wir haben die nebenher. Ernsthaft. Wir haben übrigens eine neue Küche... Küche. Davon sag ich einfach nicht so viel. Alter, gebt euch mal bitte zu unserem Garten. Alter. Meine kleine Schwester und ich haben heute Morgen auf jeden Fall nicht draußen gespielt. Guck mal, die Schneekugel da hinten. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Hallo. Nein, man kann die sehen. What a fish. So, man kann... Ja, man kann mein Handy sehen. Nein, der Fett hat auch... Ja, nein, kann man nicht. So, ich hab Hunger und das sagt, man geht auf dem Weihnachtsmarkt. Boah, ich bin so dumm, na? Ich wollte mir eine neue Hose anziehen. Dann mal nach oben. Alles klar, das ging jetzt schnell. Ähm, ich ziehe mir jetzt eine neue Hose an. Und ich werde jetzt auf jeden Fall meine Sachen rausnehmen, weil ich meine heute Morgen bald im Schnee spielen will. Also, ich weiß nicht. Ähm, nass gemacht hab. Und die sind alles trocken, glaub ich. Hä, wie dunkel ist unser Badezimmer denn? Alles klar. Hier sind gar nicht so unsere Zugekommen oder so. Nein, das sind meine Pappeln. Ich suche mir jetzt mal ein paar Socken raus. Da, da, Haffel, so. Ups. Das war eindeutig nicht so geplant. Ähm, ich geh mal kurz zu meiner Schwester. Sie hat, sie hat meinen alten Musical.ly-Account geliked und die, also was davon geliked und sie folgt mir dann, glaub ich auch, also meine große Schwester. Ich guck mal, wo meine Kleine ist. Lulu! 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 Hallo! Hallo! Mein Herz! Die lag da so bei meinem Papa. Ah, Ballschmied! Schauen wir wieder in unserer wunderschönen Küche. Warte. Ähm. Computer. Schalte Küchenlicht an. Okay. Geht doch. Dankeschön. Ähm. Schalt mir was. Ich muss mal öffnen wollen. Geht das? Mein Handy kann da stehen. Auf diesem Waffen. Ich zeig euch mal, wo mein Handy da drauf steht. Da drauf. Auf diesem Scheiß-Teil. Was haben wir denn hier? Ich hab Hunger. Ich hab' die Schmack-Tipps. Ich hab' die Schmack-Tipps. Was haben wir denn hier liegen? Von mir. Das war mein Schmack-Ticket. Ach, ähm. Ähm. Ich muss gleich mal was sagen kurz. Übrigens musste ich kurz, äh, einmal euch was sagen. Ich hab' gestern gesch- Hä? Ich habe gestern ein Video gedreht, wo man halt richtig krass sieht, wie es bei uns schneit. Und, ähm, dann hab' ich aber halt nicht so drauf geachtet, was ich filme. Und wir waren halt an einer Bushaltestelle. Und, ähm. Deshalb werd' ich das Video nicht online stellen. Denn man sieht da den Namen von der Bushaltestelle. Und das möchte ich da nicht so drauf. Wir haben einen Lutscharm. Eine Orangenschokolade. Die hab' ich jetzt angeschaut. Und noch einen Trottenschatten. Ich nehme mal das hier und das hier. Ich bringe ihn kurz weg. Wie ihr jetzt schon seht, wird das Video ein bisschen länger. Au. Meine Zähne. Hm. Da liegen ein paar Briefe. Ich weiß nicht mehr. Ich muss die Adresse zu halten. Oh mein Gott, ich find's so dumm. Hm. Hm. Der Brief ist für Luisa. Was ist meine Tenschwester? Scheiße, ich weiß nicht, ob man die Adresse gesehen hat. Hm. Hm. Also. Ich guck' jetzt ein bisschen Fernsehen. Ich hab' mir jetzt noch meine Schokolade schnibitzt. Für später. Ich kann aber auch eine Morgenroutine oder so drehen. Oder. Oder. Mal einen Tag machen, nur dann kann ich die Schule halt nicht mitfüllen. Also wär's gut, wenn, ähm, ich das an einem Samstag oder Sonntag mache und, äh, ich mach' mal die Tür zu. Ihh. Ihh. Ich hab' einfach keine Lust mich fertig zu machen. Ich will jetzt essen. Na 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 na. Hm. Hm. Ähm. Da wir jetzt gleich losfahren. Ja. Ich mach' jetzt einfach so. Ich gucke, was gleich noch so passiert. Dann vlog' ich noch ein bisschen mit. Und wenn wir dann losfahren, hm. Dann hör' ich auf zu vloggen. Und auf'm. Dingens. Auf'n Dingensbummens. Auf'm Weihnachtsmarkt. Super Mario. Ey. Das kann man gar nicht sehen. Egal. Ich hab' mir jetzt ein bisschen mit rein. Komm her. Boah. Schreibt mir mal in die Kommentare, bitte. Bitte. Was ist euer Lieblingsschleim? Diese Farbe ist so schön. Oha, die sieht aber richtig geil in der Kamera. Die ist eigentlich dunkler ein bisschen. Ja, bisschen. Halt dunkler, dunkler, dunkler. Alter, das sieht richtig hart neon aus. Die ist eigentlich so normal pink, aber halt so schönes normales. Und jetzt ist so schönes normales. So neon. Das ist so schön. Also eh blau aussieht. Ähm. Ich hab' nämlich acht Stück. Einen hab' ich meiner Freundin geschenkt. Ähm. Und. Das ist mein allerbesten von. Und einen hab' ich meiner Schwester geschenkt. Beziehungsweise sie musste mir den abklappen. Sieht normal aus. Nur ein bisschen heller. Ich mag den nicht so gern, weil der klebt halt ein bisschen so die Farbe. Der klebt halt so. Guck, guck. Aber das steht schon selbst in Jammer. Es wird auch schon schön sein. Es ist halt ein bisschen scheiße. Wissens figures! Iiii, похi-chub거를. wallpaper, bapper, barapper, barapper, erpa-bar Bach, erpa-bar. Ähm, ja. Gut. Iiii, das klebt in meinem Shirt fest. Scheiße, Mann. N cohort. Was war das denn jetzt? Jetzt hab' ich hier noch Schleim. Poli. Soll ich euch mal sagen, woran mich das hier erinnert, diese Schokolade, gerade die ich hier fresse? Die erinnert mich an mein erstes Video, wo ich meinen Adventskalender, der da hinten irgendwo liegt, aufgemacht habe. Nein, der liegt hier, der Adventskalender, keine Ahnung, wo der liegt. Ist mir jetzt aber auch scheißegal. Das Video heißt Erste Infos plus Adventskalender. Also ich habe den Kanal jetzt ja noch nicht so lange und ich habe genau den gleichen Geschmack wie vorhin, äh, wie da im Mund, nicht vorhin. Boah, ich bin bescheuert, Alter. Henry Danger. Die Folge habe ich noch nicht gesehen, also will ich die gucken. Bis gleich.